Kapitel 47, Teil 2 George und ich saßen in Annes Gemüchern wie Gefangene fest. Wir hockten in toten Stille da, hatten das Gefühl, von allen Seiten um Single zu sein. Im ersten Morgenraum verlasse ich euch, sagte ich zu Anne. Es tut mir leid, Anne, aber ich muss Catherine fortbringen. Wo ist William? fragte George. Er ist fortgeritten, um Henry von seinen Privatlehrern wegzuholen. Bei diesen Worten hob er in den Kopf. Henry ist mein Mündel, erinnerte sie mich. Ohne meine Einwilligung kannst du ihn nicht mitnehmen. Dieses eine Mal ließ ich mich nicht von ihr einschüchtern. Um Gottes Willen, Anne, lass mich ihn in Sicherheit bringen. Jetzt ist nicht die richtige Zeit für einen Streit zwischen dir und mir über Ansprüche auf meinen Jungen. Ich bringe ihn in Sicherheit und wenn ich Elisabeth beschützen kann, nehme ich auch sie in meine Obhut. Sie hielt einen Augenblick inne, als wollte sie sogar in diesem Augenblick noch mit mir wetteifern. Doch dann nickte sie. Wollen wir Karten spielen? fragte sie leicht hin. Ich kann nicht schlafen. Lasst uns die Nacht hindurch spielen. Gut, ich möchte nur eben nachsehen, ob Catherine schon schläft. Ich ging zu meiner Tochter. Sie war mit den anderen Hofdamen beim Abendessen gewesen und erzählte mir, dass der Hof nur so summte vor Klatschgeschichten. Der Thron des Königs war leer gewesen. Auch Cromwell hatte bei Tisch gefehlt. Niemand wusste, warum man Smirten verhaft hatte. Niemand wusste, warum der König mit Norris davon geritten war. Wenn es ein Zeichen besonderer Ehre war, wo waren sie dann heute Abend? Wo speisten sie in dieser so besonderen ersten Mainacht? Das ist nicht wichtig, wendete ich ihre Spekulationen. Ich möchte, dass du ein paar Dinge einpackst, ein sauberes Nachthemd, Strümpfe und dass du morgen früh reisefertig bist. Sind wir in Gefahr? Sie war nicht überrascht. Sie war inzwischen ein Kind des Hofes und würde nie mehr das unbekümmerte Landmädchen sein. Ich weiß es nicht, antwortete ich knapp. Ich möchte, dass du morgen kräftig genug bist, um den ganzen Tag zu reiten. Also schlaf jetzt, versprichst du mir das? Sie nickte. Ich brachte sie in mein Bett und hieß ihr Haupt auf das Kissen legen, wo sonst William ruhte. Ich betete zu Gott, dass morgen William und Henry kämen und wir alle zusammen dorthin gehen konnten, wo der Apfelbaum sich über die Straße lehnte und der kleine Hof im Sonnenschein lag. Ich gab ihr einen Gute-Nacht-Kuss und schickte einen Pagen in unsere Unterkunft, um der Arme mitzuteilen, dass sie im Morgengrauen zum Aufbruch bereit sein musste. Dann schlich ich mich wieder in die Gemächer der Königin. Anne saß zusammengesunken am Kabin. Neben ihr kauerte George auf dem Teppich, als sei sie in beiden kalt, obwohl das Fenster offen stand und die warme, stickige Nachtluft kaum einmal die Vorhänge bewegte. »Borlaines«, sagte ich beim Eintreten. George drehte sich um, steckte einen Arm nach mir aus und zog mich neben sich, sodass er uns beide an sich drücken konnte. »Jede Wette, dass wir auch das überdauern«, sagte er tapfer. »Jede Wette, dass wir wieder aufstehen und alle beschämen, und dass nächstes Jahr um diese Zeit Anne ein Knaben in der Wiege hat und ich Ritter des Hosenbandordens bin.« Die ganze Nacht saßen wir so zusammengekuschelt, da wie Vagabunden, die sich vor den Gesetzhütern fürchteten. Als im Fenster der Tage zu grauen begann, ging ich leise die Treppe hinunter in den Stallhof und warf Einstein an das Fenster, hinter dem die Stallknechte schliefen. Der erste Junge, der seinen Kopf herausstreckte, bekam den Auftrag, meine Stute aus dem Stall zu holen und zu satteln. Doch als er Catherines Jagdpferd herausgeholt hatte, blieb er stehen und schüttelte den Kopf. »Hat ein Hufeisen verloren«, meinte er. »Was?« »Ich muss sie zum Schmied führen. Könnt ihr das nicht jetzt gleich tun?« »Die Schmiede hat bestimmt noch nicht geöffnet.« »Sag dem Schmied, dass er sie aufmachen soll.« »Miss Press. Das Feuer ist morgens noch kalt. Er muss erst anzünden und warten, bis es heiß genug ist. Dann kann er das Pferd beschlagen.« Ich schimpfte wütend vor mich hin. »Ihr könnt ein anderes Pferd nehmen«, schlug er mir gehend vor. Ich schüttelte den Kopf. Es war ein langer Ritt und Catherine saß noch nicht fest genug im Sattel, um mit einem neuen Pferd fertig zu werden. »Nein«, antwortete ich, »wir müssen warten, bis die Stute reisebereit ist. Nehmt sie mit zum Schmied, weckt den Mann und lasst ihn das Pferd beschlagen. Dann kommt mich holen, wo immer ich auch sein mag, und sagt mir leise, dass sie bereit ist und verkündet es auf keinen Fall den ganzen übrigen Palast.« Ich schaute ängstlich zu den dunklen Fenstern hinauf. »Ich will nicht, dass alle Narren auf der großen weiten Welt wissen, dass ich heute ausreite.« Er zuffte an seiner Stirndocke und streckte mir fordernd die Hand hin. Ich ließ eine Münze aus meiner Tasche in seine schmutzige Handfläche gleiten. »Ihr bekommt noch eine, wenn ihr euren Auftrag gut ausgeführt habt.« Ich ging in den Palast zurück. Der Wachposten am Tor fragte sich wohl, was ich vorhatte, da ich im Morgengrauen schon wieder von draußen hereinkam. Ich wusste, er würde irgendjemanden Bericht erstatten. »Secretär Cromwell, vielleicht meinem Onkel oder Sir John Seymour, der inzwischen so hoch aufgestiegen war, dass er sicherlich auch überall seine Spione hatte.« Auf der Treppe zögerte ich. Ich wollte zu Catherine gehen, die in meinem großen Bett schlummerte. Doch unter der Tür zu den Gemächern der Königin war Kerzenschein zu sehen, und ich hatte das Gefühl, dass ich zur Nachtwache meiner Schwester, meines Bruders, gehörte. Der Posten machte einen Schritt zur Seite, und ich öffnete die Tür und schlüffte ins Zimmer. Sie waren immer noch wach, saßen eng nebeneinander im Feuerschein, flüsterten einander tröstende Worte zu. Sie wandten beide den Kopf, als sie mich kommen hörten. »Du bist noch nicht fort?«, fragte Anne. »Catherine's Pferd hat ein Hufeisen verloren, ich konnte nicht weg.« »Wann reitet ihr los?« »Sobald die Stute beschlagen ist, ich habe einen Jungen dafür bezahlt, dass er mit ihr zum Schmied geht und mir Bescheid gibt, sobald die Reise fertig ist.« Ich setzte mich zu ihnen auf den Teppich vor dem Kamin. »Ich wünschte, wir könnten immer so hierbleiben, immer und alle Zeit«, meinte Anne verträumt. »Wirklich?« Ich war überrascht. »Für mich war dies wohl die schlimmste Nacht meines Lebens. Hoffentlich ist sie bald zu Ende und ich wache aus diesem Albtraum auf.« Dort's Lächeln war düster. »So kannst du da denken, weil du dich nicht vor morgen fürchtest«, meinte er. »Wenn du so viel Angst vor morgen hättest wie wir, dann würdest du dir wünschen, dass diese Nacht ewig währte.« Trotzdem wurde es immer heller. Wir hörten, wie sich unten im großen Saal die Bediensteten regten. Eine Zofe kam mit einem Eimer voll Holzscheite, um im Schlafzimmer der Königin das Feuer anzuschüren. Ihr auf den Fuße folgten eine andere mit Besen und Tüchern, um die Tische für den neuen Tag zu rüsten. Anne erhob sich vom Teppich, das Gesicht bleich, die Wangen von Asche verspiert. »Nimm ein Bad«, ermunterte sie George. »Es ist noch früh. Lass dir ein heißes Bad bereiten und wasch dir das Haar. Dann fühlst du dich bestimmt viel besser.« Sie lächelte über diesen banalen Vorschlag, nickte aber schließlich. George küsste sie. »Ich sehe dich in der Frühmesse«, sagte er und verließ das Zimmer. »Wir hatten unseren Bruder das letzte Mal als freien Mann gesehen.« George erschien nicht zur Frühmesse. Anne und ich, rosig vom Bad und etwas selbstsicherer, hielten nach ihm Ausschau. Aber er war nicht da. Sir Frances wusste nicht, wo er sich auffiel. Auch Sir William Barrett nicht. Henry Norris war noch nicht wieder aus London zurückgekehrt. Es gab keine Neuigkeiten darüber, welche Anklage man gegen Mark Smirton erhoben hatte. Wieder legte sich die Last der Furcht schwer auf uns. »Ich schickte einen Boten zur Amme meines Kindes. Sie sollte sich bereit halten. Wir würden innerhalb der nächsten Stunde abreisen.« Ein Tenniswettbewerb sollte stattfinden und Anne hatte versprochen, den Preis zu überreichen. Sie ging zu den Plätzen hinunter und setzte sich unter dem Baldach hin. Ich stand hinter ihr und hielt Ausschau nach dem Stalljunge, der mir berichten sollte, dass die Pferde bereit waren. Catherine neben mir erwartete nur auf ein Wort von mir, um mir auf die Zimmer zu rennen und der Reitkleid anzulegen. Als hinter mir zwei Soldaten mit einem Offizier in die königliche Loge traten. Kaum hatte ich sie gesehen, da erfüllte mich eine böse Vorahnung. Ich machte den Mund auf, um zu sprechen, aber es kam kein Laut heraus. Stumm berührte ich Anne an der Schulter. Sie blickte zu mir auf, dann in die harten Gesichter der drei Männer. Sie verneigten sich nicht, wie sie sich hätte tun sollen. Das bestätigte unsere schlimmste Befürchtung. »Der Staatsrat, fordert eure Anwesenheit, Majestät«, sagte der Offizier knapp. Anne sagte nur »Oh« und erhob sich. Sie schaute zu Catherine und mir, blickte reihum ihre Damen an. Plötzlich wandten alle die Augen ab, wollten ihr bloß nicht ins Gesicht sehen, waren vom Tennisspiel fasziniert. Das hatte sie von Anne gelernt. Ihre Köpfe bewegten sich nach rechts und nach links, folgten dem Ball, während ihre Augen blind waren. Sie ihre Ohren gespitzt hielten und ihre Herzen pochten, weil sie fürchteten, sie könnten sie bitten, mitzukommen. »Ich brauche Begleiterinnen«, sagte Anne tonlos. Nicht eines der kleinsten Bieste schaute zu ihr hin. »Eine Hofdame muss mit mir kommen.« Ihre Augen fielen auf Catherine. »Nein«, fuhr ich plötzlich dazwischen, als ich begriff, was sie vorhatte. »Nein, Anne, nein, ich flehe dich an.« »Ich darf eine Begleitung mitnehmen«, fragte sie den Hauptmann. »Ja, Majestät.« »Ich entscheide mich für meine Hofdame Catherine«, sagte sie. Dann ging sie ruhig durch das Tor, das ihr eine der Soldaten auffiel. Catherine warf mir einen verwirrten Blick zu und folgte der Königin. »Catherine«, sagte ich im scharfen Ton. Sie blickte sich zu mir um, wusste nicht, was sie machen sollte. Das arme Mädchen. »Komm schon«, sagte Anne mit völlig ausdrucksloser Stimme. Catherine warf mir ein kleines Lächeln zu. »Sei unverdrossen«, sagte sie plötzlich seltsamerweise. Als spiele sie eine Rolle in einem Theaterstück, dann folgte sie der Königin mit der vollendeten Haltung einer Prinzessin. Ich war zu entsetzt, um irgendetwas anderes zu tun, als denen hinterherzuschauen. Doch sobald sie mir aus den Augen waren, raffte ich meine Röcke hoch und rannte den Weg zum Palast hinauf, um George oder meinen Vater zu suchen, irgendjemanden, der Anne helfen, der Catherine wegnehmen und das Mädchen sicher zu mir zurückbringen konnte. Ich lief in den großen Saal. Plötzlich hielt mich ein Mann auf. Ich schob ihn zur Seite, ehe ich merkte, dass er der Einzige war, den ich herbeisehnte. »William«, »Liebste, meine Liebste, du weißt es also?« »Oh Gott, William, sie haben Catherine mitgenommen. Sie haben mein Mädchen.« Catherine verhaftet. »Mit welcher Begründung?« »Nein, sie ist bei Anne, als Hofdame. Anne wurde von dem Stadtrat befohlen.« »In London?« »Nein, er tagt hier.« Er ließ mich sofort los, fluchte kurz, ging ein halbes Dutzend Schritte im Kreis, dann packte er mich bei den Händen. »Wir müssen einfach warten, bis sie wieder herauskommt.« Er musterte mein Gesicht. »Schau nicht, so Mary. Catherine ist ein junges Mädchen. Sie befragen die Königin, nicht sie. Sie reden wahrscheinlich nicht einmal mit ihr. Und wenn, dann hat sie nichts zu verbergen.« Ich holte Tiefluft und nickte. »Nein, sie hat nichts zu verbergen. Sie hat nichts gesehen. Was nicht allgemein bekannt werde. Wo ist Henry?« »In Sicherheit. Ich habe ihn in unsere Unterkunft zurückgelassen, zusammen mit der Arme und der Kleinen. Ich dachte, du kämpfst wegen deines Bruders gerannt.« »Was ist mit ihm?«, fragte mit heftig pochendem Herzen. »Was ist mit George?« »Sie haben ihn verhaftet.« »Zusammen mit Anne?«, meinte ich. »Damit er dem Stadtratrede und Antwort steht?« »Williams Miene war finster.« »Nein,« antwortete er. »Sie haben ihn in den Tower gebracht. Henry Norris ist bereits dort. Der König selbst hat ihn mit ihm gestern zum Tower geritten. Und Mark Smitten. Du erinnerst dich an den Sänger. Der ist auch da eingesperrt.« Ich brachte kein Wort heraus. »Aber wie lautet die Anklage? Warum befragen Sie die Königin hier?« Er zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht.« Wir mussten bis zum Mittag warten, ehe wir weitere Neuigkeiten erfuhren. Ich hielt mich im Flur vor dem Gemach auf, in dem der Staatsrat die Königin befragte. In den Vorraum ließ man mich nicht, weil man fürchtete, ich würde an der Tür lauschen. »Ich will nicht lauschen, ich will nur meine Tochter sehen,« erklärte ich dem Wachposten. Er nickte, winkte mich aber von der Schwelle fort. Kurz nach Mittag ging die Tür auf. Ein Page trat heraus und flüsterte dem Wachposten etwas zu. »Ihr müsst gehen,« sagte er zu mir. »Ich habe Befehle, den Ausgang zu räumen.« »Warum?«, fragte ich. »Ihr müsst gehen,« wiederholte er stur. Er rief etwas die Treppe hinunter in den großen Saal und bekam von unten eine Antwort zugebrüllt. Samt schoben sie mich zur Seite, fort von der Tür zu den Räumen des Staatsrats, weg von der Gartentür und dann aus dem Garten. Alle anderen Höflinge, die wir unterwegs trafen, wurden ebenfalls zur Seite gedrängt. Wir taten alle, was man uns gebot. Es war, als hätten wir erst jetzt begriffen, wie mächtig der König war. Ich bemerkte, dass man einen Weg zum Sitzungsraum des Staatsrats bis zur Treppe zum Fluss geräumt hatte. Ich rannte zum Landessteg, wo die gewöhnlichen Menschen an Land gingen, wenn sie in den Palast mussten. An diesem Steg waren keine Wachen. Niemand hinderte mich daran, mich seiner äußerste Kante zu stellen und mit zusammengekniffenen Augen auf die Palasttreppe von Greenwich zu schauen. Ich sah sie ganz deutlich. Anne in ihrem blauen Gewand, das sie auf der Tennistribüne getragen hatte. Catherine einen Schritt hinter ihr in ihrem gelben Kleid. Ich war froh, dass sie einen Umhang dabei hatte, falls es auf dem Fluss kalt sein würde, und schüttelte dann den Kopf über mich, weil ich mir Sorgen machte, sie könnte sich erkälten, während ich nicht einmal wusste, wohin man sie brachte. Ich schaute gebannt hinüber, als könnte ich mein Kind dadurch schützen. Sie würde in der Barke des Königs fahren, nicht im Boot der Königin. Wohin bringt man euch? schrie ich so laut ich konnte, unfähig, meine Furcht noch länger zu unterdrücken. Anne hörte mich nicht, aber ich bemerkte, wie Catherine ihr blasses Gesicht in meine Richtung wandte und mich überall in die Palastgärten suchte. »Hier, hier«, brüllte ich noch lauter und winkte. Sie entdeckte mich, hob ein wenig die Hand, dann folgte sie Anne. Kaum waren sie an Bord, da stießen die Soldaten das Boot schon vom Ufer ab. Durch die plötzliche Bewegung wurden die beiden auf die Sitze geschleudert, und ich verlor sie einen Augenblick aus den Augen. Dann erblickte ich sie wieder. Catherine saß auf einem kleinen Stuhl neben Anne und schaute über das Wasser hinweg zu mir herüber. Die Ruderer manövrierten die Barke auf den Fluss und kamen dank der steigernden Flut mühelos voran. Ich versuchte nicht noch einmal zu rufen, denn ich wusste, dass der Trommelschlag der Ruderer meine Stimme übertönen würde. Ich wollte Catherine nicht erschrecken. Ich stand still da, hob nur die Hand, um mir mitzuteilen, dass ich wusste, wo sie sich befand und wohin sie unterwegs war, und dass ich sie so schnell wie möglich holen würde. Ich spürte, dass William hinter mir stand. Auch er grüßte unsere Tochter mit erhobenem Arm. Wohin bringen sie die beiden wohl? Was meinst du? fragte er, als wüsste er die Antwort nicht ebenso gut wie ich. Du weißt, wohin, erwiderte ich. Warum fragst du? An den schlimmsten Ort, den wir uns vorstellen können. In den Tower. William und ich verschwendeten keine Zeit. Wir gingen unverzüglich in unsere Gemächer, raften ein paar Kleidungsstücke in eine Tasche und eilten zu den Stellen. Dort wartete Henry mit den Pferden, umarmte mich kurz und lächelte mir strahlend zu, ehe mir William in den Sattel half und selbst aufs Pferd stieg. Wir nahmen Catherine's frischgeschlagene Stute mit. Henry führte sie neben seinem eigenen Jagdpferd, während William das gedrungene Pferd der Amme am Zügel hielt. Sie wartete schon auf uns und bald hatten wir ihnen den Sattel geholfen und ihr das Kind sicher vor die Brust gebunden. Dann verließen wir leise den Palast und ritten davon in Richtung London, ohne irgendjemandem zu sagen, wohin wir wollten oder wie lange wir fortbleiben würden. William mietete für unsere Räume hinter der Minorisiestraße auf dem der Fluss abgewanderten Seite. Ich konnte den Bauschamp-Tower sehen, wo Anne und meine Tochter gefangen saßen. Mein Bruder und die anderen Männer waren irgendwo in der Nähe. In diesem Turm hatte Anne die Nacht vor ihrer Krönung verbracht. Ich fragte mich, ob sie sich an das großartige Gewand erinnerte, das sie damals getragen hatte, und an das Schweigen der Stadt, das ihr klargemacht hatte, dass sie als Königin niemals vom Volk geliebt werden würde. William bat die Hausfrau, um sein Abendessen zu bereiten und ging fort, um Neuigkeiten einzuholen. Er kam rechtzeitig zum Essen zurück und als die Frau servierte und sich zurückgezogen hatte, erzählte er mir, was er an Erfahrung gebracht hatte. In den Gasthäusern rings um den Tower machte die Nachricht die Runde, dass man die Königin verhaftet hatte und dass man sie des Ehebruchs und der Hexerei und Gott weiß, wessen sonst noch bezichtigte. Damit war Anne Schicksal besiegelt. Henry benutzte die Macht der Gerüchte, die Stimmen des Mobs, um so den Weg dafür zu ebnen, dass er die Ehe für ungültig erklären und sich eine neue Königin nehmen konnte. Man munkelte in den Gasthöfen bereits, dass der König sich wieder verliebt hatte, diesmal in ein wunderschönes, unschuldiges Mädchen, ein englisches Mädchen aus Wildscher. Gott segne sie und so gottesfürchtig und liebreizend, wie Anne übermäßig gebildet und von den Franzosen beeinflusst war. Von irgendwo hatte jemand erfahren, dass Jane Seymour eine enge Freundin von Prinzessin Mary war. Sie hatte Königin Katharina stets treu gedient. Sie betete noch auf die alte Weise und sie las keine Bücher mit Disputationen oder versuchte mit Männern zu argumentieren, die es doch besser wissen mussten. Ihre Familie war kein geldgieriger Adel. Es waren ehrliche und aufrichtige Männer und es war eine fruchtbare Familie. Es konnte kein Zweifel bestehen, dass Jane Seymour Söhne gebären würde, wenn Catherine und Anne versagt hatten. Und mein Bruder? William schüttelte den Kopf. Keine Neuigkeiten. Ich schloss die Augen. Ich konnte mir eine Welt nicht vorstellen, in der George nicht kommen und gehen konnte, wie es ihn beliebte. Wer konnte George anklagen? Wer konnte ihm irgendetwas zur Last legen, so freundlich und entschlossen, wie er war? Und wer bedient Anne? Fragte ich. Eure Tante, die Mutter von Matt Shelton und ein, zwei andere Damen. Ich zog eine Grimasse. Niemand, den sie mag oder dem sie vertraut, aber zumindest kann sie jetzt Catherine wieder gehen lassen. Sie ist nicht mehr allein. Ich dachte, du könntest ihr vielleicht schreiben. Sie darf Briefe empfangen, wenn diese nicht versiegelt sind. Ich gebe dein Schreiben William Kingston, dem Kommandanten des Tower und bitte ihn, es jetzt überbringen. Ich rannte die schmale Treppe zur Hausfrau hinunter und bat sie um Papier und Feder. Sie ließ mich ihr Schreibpult benutzen und zündete mir eine Kerze an, während ich mich im letzten Licht des Tages ans Fenster setzte. Liebe Anne, ich weiß, dass du inzwischen von anderen Damen bedient wirst. Bitte entlasse also Catherine aus deinem Diensten, da ich sie hier bei mir brauche. Ich bitte dich, sie jetzt gehen zu lassen. Mary. Ich ließ ein wenig Wachs von der Kerze auf den Brieftropfen und rückte meinen Siegelrinn hinein, um das B für Bollein zu prägen, aber ich versiegelt das Schreiben nicht und reichte es William. Gut, sagte er, nachdem er es überflogen hatte. Ich schaffe es gleich hin. Niemand kann vermuten, dass du etwas anderes meinst, als was da steht. Ich warte auf Antwort. Vielleicht bringe ich sie gleich mit und wir können schon morgen nach Rochford aufbrechen. Ich nickte. Ich warte auf dich. Henry und ich setzten uns auf zwei Holzschimmel, an den wackeligen Tisch vor dem kleinen Feuer und spielten Karten. Ich gewann Henry sein ganzes Taschengeld ab, dann schummelte ich ein bisschen, um ihn etwas zurückzugewinnen zu lassen, verkalkulierte mich und war ihm nur bankrott. Immer noch war William nicht wieder da. Um Mitternacht kam er. Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, sagte er, als er mein bleiches Gesicht sah. Ich habe sie nicht mitgebracht. Ich stöhnte auf und er zog mich in seine Arme. Ich habe sie gesehen. Fuhr er fort. Deswegen hat es so lange gedauert. Ich dachte, du würdest sicher wollen, dass ich sie besuche und mich versichere, dass es ihr gut geht. Ist sie traurig? Sie ist sehr ruhig, erwiderte er mit einem Lächeln. Du kannst morgen selbst hingehen und sie besuchen. Und jeden anderen Tag, bis die Königin wieder in Freiheit ist. Aber sie darf nicht mitkommen. Die Königin möchte sie bei sich behalten. Der Kommandant hat Befehle, ihr alle angemessene Wünsche zu erfüllen. Aber ich habe alles versucht, sagt William. Die Königin hat das Recht, ihre Hofdamen auszuwählen und Catherine ist die Einzige, um die sie begeben hat. Die anderen hat man ihr mehr oder weniger aufgedrängt. Eine ist die Frau des Kommandanten, die alles ausspunieren soll, was Anne sagt. Und wie geht es, Catherine? Du wärst stolz auf sie. Sie lässt sich ganz herzlich grüßen. Sie möchte gern bleiben und die Königin bedienen. Anne sei krank und schwach und weinte viel, sagte sie. Und sie möchte bei ihr bleiben, solange sie ihr helfen kann. Ich war erfüllt von Liebe und Stolz, aber auch von Ungeduld. Sie ist noch ein junges Mädchen und hat dort nichts verloren. Sie ist eine junge Frau, meinte William. Sie tut ihre Pflicht. Wer es sich für eine junge Frau gehört? Und sie ist nicht in Gefahr. Niemand wird sie irgendetwas fragen. Allen ist klar, dass sie nur zu Ains Gesellschaft im Tower ist. Es wird ihr deswegen kein Leid zugefügt. Und Anne wird angeklagt? William schaute zu Henry herüber und kam zu dem Schluss, dass er alt genug war, um die Wahrheit zu erfahren. Es sieht so aus, als wollte man Anne der Unzucht und des Ehebruchs bezichtigen. Weißt du, was Unzucht ist, Henry? Der Junge errötete ein wenig. Ja, Sir, es steht in der Bibel. Ich glaube, dass diese Anschuldigung gegen deine Tante nicht begründet ist, sagte William nüchtern. Aber es ist eine Anklage, die der Staatsrat beschlossen hat, gegen sie vorzubringen. Endlich begriff ich. Und die anderen, die auch verhaftet wurden, werden die zusammen mit ihr angeklagt? William nickte mit verkniffenem Mund. Ja, Henry Norris und Mark Smirten werden angeklagt, ihre Liebhaber gewesen zu sein. Aber das ist doch Unsinn, erwiderte ich gerade heraus. William nickte. Und meinen Bruder, verhören Sie ebenfalls? Ja, antwortete er. Irgendetwas an seinem Ton? Ton drückte mich. Sie werden ihn doch nicht faltern, fragte ich. Sie tun ihm doch nichts weh. Oh nein, versicherte William mir. Sie werden nicht vergessen, dass er ein Adeliger ist. Sie werden ihn im Tower behalten, werden sehen und die anderen befragen. Aber was werfen Sie ihm denn vor? Das Gleiche wie den anderen Männern. Einen Augenblick lang verstand ich nicht, was er meinte. Dann sprach ich es aus. Unzucht und Ehebruch. Er nickte. Ich schwieg. Erst wollte ich alles laut bestreiten. Doch dann erinnerte ich mich an Ernst übermäßigen Wunsch, einen Sohn zu gewähren. An ihre Gewissheit, der König könnte ihr kein gesundes Kind mehr schenken. Ich erinnerte mich daran, wie sie eng an George geschminkt dastand und ihm erklärte, man könnte nicht der Kirche die Entscheidung überlassen, was Sünde sei und was nicht. Und da hatte er erwidert, er wäre wahrscheinlich schon vor dem Frühstück zehnmal mit dem Bann belegt worden. Und sie hatte darüber gelacht. Ich wusste nicht, was er in ihrer Verzweiflung alles versucht hatte. Ich wusste nicht, was George in seiner Furchtlosigkeit alles gewagt hatte. Wie auch früher schon, verbannte ich die Vorstellung aus meinen Gedanken. Was sollen wir machen? Fragte ich. William legte den Arm an unseren Sohn und lächelte zu ihm herab. Henry reichte seinem Stiefvater inzwischen bis zur Schulter. Er blickte vertrauensvoll zu ihm auf. Wir warten, erklärte William. Sobald das Durcheinander sich gelichtet hat, holen wir Catherine und reiten nach Hause, nach Rochford. Und dann halten wir uns eine Weile bedeckt, ob Anne nun verstoßen wird oder ob man ihr erlaubt, in einem Kloster oder im Exil zu leben. In jedem Fall ist die Zeit der Bolleins erst einmal vorüber. Für dich, meine Liebe, geht es jetzt wieder ans Käse machen. Am nächsten Tag gab ich der Arme frei und ermunterte William und Henry, in der Stadt spazieren zu gehen und in einer Bierschenke zu essen. Während ich zu Hause blieb und mit der Kleinen spielte. Am nächsten Nachmittag unternahm ich mit ihr einen Spaziergang hinunter zum Flussufer. Wieder zu Hause badete ich sie und ließ sie in der Obhut der Arme zurück, als ich nach dem Abendessen mit William und Henry zum großen Tor des Tower ging. Wir baten, Catherine sehen zu dürfen. Sie wirkte winzig klein, wie sie da beim Beachump Tower an der inneren Befestigungsmauer entlang zum Tor kam. Aber sie ging wie ein Bollein-Mädchen, als gehörte ihr der Palast. Hoch erhobenen Hauptes blickte sie um sich, warf ein der Wachleute ein freundliches Lächeln zu und strahlte mich dann durch das Gitter hindurch an, während man die kleine Nebenforte im großen Eingangstor aufsperrte und sie hinausließ. Ich schloss sie fest in die Arme. Meine Liebe! Sie umklammerte mich und sprang dann zu Henry. »Hen!« »Cat!« Sie schauten einander begeistert an. »Gewachsen!«, sagte sie. »Wetter geworden!«, erwiderte er. William lächelte mir über ihr Köpfe hinweg zu. »Glaubst du, die beiden reden mal in ganzen Sätzen.« »Catherine, ich habe Anne geschrieben und sie gebeten, dich freizugeben«, sagte ich hastig. »Ich möchte, dass du hier wegkommst.« Sie schaute sofort sehr ernst. »Ich kann nicht. Sie ist so bekümmert. So hat man sie noch nie gesehen. Ich kann sie nicht verlassen. Die anderen Damen in ihrer Umgebung taugen rein gar nichts. Zwei haben keine Ahnung, was sie tun. Und die anderen beiden sind Tante Bollein und Tante Schaltener. Die sitzen ständig in ihrer Ecke und huscheln hinter vorgehaltener Hand. Ich kann sie nicht mit ihnen allein lassen.« »Was macht sie denn den ganzen Tag?«, fragte Henry. Catherine errötete. »Sie weint und betet. Deswegen kann ich sie nicht allein lassen. Ich kann einfach nicht weggehen. Es wäre, als ließe mein Kleinkind in Stich. Sie kann nicht für sich sorgen. »Wie kommst du denn genug zu essen?«, fragte ich mutlos. »Wo schläfst du?« »Bei ihr.«, erwiderte Catherine. »Aber sie schläft kaum. Wir essen beinahe so gut wie bei Hof. Es ist in Ordnung, Mutter. Und es ist ja nicht für lange.« »Woher weißt du das?« Der Hauptmann der Wache lehnte sich vor und sagte leise zu William, »Vorsicht, Sir William.« William schaute mich an. »Wir haben versprochen, die Angelegenheit nicht mit Catherine zu besprechen. Wir haben nur die Erlaubnis, uns zu überzeugen, dass es ihr gut geht.« Ich holte tief Luft. »Nun gut. Aber Catherine, wenn es länger als eine Woche dauert, dann musst du hier weg.« »Ich mache, was du mir sagst«, antwortete sie gehorsam. »Brauchst du irgendetwas? Soll ich dir morgen etwas mitbringen?« »Aber Wäsche«, erwiderte sie, »und die Königin braucht noch ein, zwei andere Kleider. Kannst du sie aus Grünwitz holen?« »Ja«, sagte ich resigniert. »Es schien mir, als hätte ich mein gesamtes Leben damit verbracht, für Anne Budengänge zu erledigen. Sogar jetzt, in dieser großen Krise, musste ich noch nach ihrer Pfeife tanzen.« William schaute den Hauptmann der Wache an. »Erlaubt ihr das, Herr Hauptmann, dass meine Frau Wäsche und Kleider für die Damen bringt?« »Ja, Sir«, antwortete der Mann. Er tippte an seine Mütze. »Natürlich.« Ich lächelte bitter. Niemand hatte je eine Königin ohne Anklage und Beweise ins Gefängnis gesteckt. Es war für ihn schwer zu ermessen, was er um seine eigene Sicherheit willen tun oder lassen sollte. Ich tückte Catherine noch einmal an mich. Ich konnte es kaum ertragen, sie gehen zu lassen. Aber sie schlüpfte wieder durch das Tor zum Tower und ging über den gepflasterten Weg zurück, in den großen Schatten des Turms, hielt noch einmal inne, winkte uns und war verschwunden. William hob zum Groß die Hand und drehte sich dann zu mir. »An einem hat es euch Bolleins ja nie gefehlt, und das ist ein völlig irrwitziger Mut«, sagte er. »Wenn ihr Pferde wärt, würde ich mir niemals eine andere Rasse halten. Ihr überspringt jede Hürde. Aber als Frauen seid ihr einfach nur unglaublich schwierige Gefährtinnen.« »Wenn ihr Pferde wärt, würde ich mich nicht mehrmals überlegen.« »Wenn ihr Pferde wärt, würde ich mich nicht mehrmals überlegen.« »Wenn ihr Pferde wärt, würde ich mich nicht mehrmals überlegen.« »Wenn ihr Pferde wärt, würde ich mich nicht mehrmals überlegen.« »Wenn ihr Pferde wärt, würde ich mich nicht mehrmals überlegen.« Vielen Dank.